Petschik ist ein guter Kerl, Golde. Ich mag ihn. Er ist ein bisschen sugar, aber ich mag ihn. Und was wichtiger ist, Hodl mag ihn. Hodl liebt ihn. Also was können wir machen? Wir leben in einer anderen Zeit, Golde. Einer ganz anderen Zeit. Liebe. Golde, Liebst du mich? Was fühlst du eigentlich für mich, Golde? Ist es Liebe? Ist es was? Ist es Liebe? Ist es Liebe? Mit fünf heiratsfähigen Töchtern fragt ein Mann doch nicht so dumm. Du bist krank. Geh ins Haus. Leg dich hin. Ruhe dich aus. Mach schau, was ich dir sage. Golde, hör zu, was ich dich frage. Ist es Liebe? Ist es Liebe? Lass das sein. Oh nein. Sag. Ist es Liebe? Ist es Liebe? Nun? Seit 25 Jahren, da wasch ich, koch ich, putz ich. Gab dir fünf Töchter, melk die Kuh. Nach 25 Jahren, lass mich damit in Ruhe. Golde, wir sahen nun zur Hochzeit das allererste Mal. Ich war scheu. Und ich auch. Ich war ängstlich. Und ich auch. Unsere Mütter, unsere Väter sagten, Liebe konnte später. Sag, liebst du mich denn? Golde, ist es Liebe? Ich bin dein Weib. Ich weiß, sag. Ist es Liebe? Ist es Liebe? Nun? Seit 25 Jahren lebe ich mit ihm, lach mit ihm, wein mit ihm. Seit 25 Jahren ist dein Bett mein. Das muss ja Liebe sein. Weib, du liebst mich. Ich glaub, das ist du. Ich lieb dich, Golde, immerzu. Man wusste voneinander nicht Bescheid. Und nach 25 Jahren wird's endlich sein. Also. Das muss ja… Vielen Dank.